Ja liebe Freunde, was läuft ab in Bauhausen? Ich bin da weiter am Öko-Heug-Grasmähen, wieder gemietet von der LMG Graswil. Das Glasmäherwerk mit dem 2.11. Der Hecke entlang muss ich einen Saum lassen, der sollte da so 3 Meter breit sein. Der Hecke entlang ist ein Saum. Da ist auch ein Saum. Der Hecke entlang wird die Strache, bis sich in den Riesenkommeln. Der Hecke entlang ist eine Stöhne. Das ist das eine Stöhne. Der Hecke entlang ist eine Stöhne. Das ist der Schmerz der Strache. Klasse Pause für den Bauhaus, klasse. Hier ein Grössenvergleich, der zwei Elfer extra tief bereift, um in Hanglage zu mähen. Und mein 3 Elfer extra hoch bereift. Da bringe ich den 2 Elfer gewaschen wieder zurück zur LMG Graswil.